Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, willkommen zum ECHO-Klassik 2014 und diesmal aus der Heimatstadt meiner lieben und charmanten Kollegin... Rolando, ich bin schon hier, ich bin viel zu aufgeregt, ich bin schon in Position. Meine Damen und Herren, wir erfüllen uns hier einen Traum. Erstmal herzlich willkommen aus der Philharmonie hier im Gastreich in München und das ist nicht nur meine Heimatstadt, nein, das ist auch die Heimatstadt von dem großen Richard Strauss. Und in diesem Jahr feiern wir seinen 150. Geburtstag. Es ist also ein Straussjahr und das jetzt ist unsere kleine Hommage an ihn. Also sprach Zarathustra, gespielt von den wunderbaren Münchner Philharmoniker und von uns unter der Leitung von einem der erfolgreichsten Dirigenten von heute, Yannick Nese Seger. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.